hallo ihr lieben hier ist wieder eure tanja aus essen von der kräler und ich bastel mit euch heute wieder karten heute werden es aber mal ja geldkarten oder gutscheinkarten und die sind diesmal auch ganz einfach gestaltet ich habe jetzt einmal erst mal zwei sechs karten zugeschnitten das heißt ein a4 bogen zerschnitten und jetzt schneide ich hier noch mal sechs zentimeter ein und das sind quasi meine doppelkarten rohlinge ja jetzt nehme ich mir hier dieses design papier und zwar zweimal das papier ist in 15 15 und jetzt schneide ich es zurecht auf 10 x 14 cm man kann natürlich auch kleineres papier nehmen du wirst gleich sehen warum ich mich jetzt so entschieden habe aber ist wie gesagt ist man kann auch ein kürzeres nehmen ich klebe das jetzt erstmal auf und das mache ich natürlich mit der zweiten karte ganz genauso und jetzt nehme ich mir flüssig kleber und klebe einmal diese lasche um aber nur rechts links und unten in der mitte nicht weil da soll dann später das einsteck fach sein das gleich mache ich natürlich mit der zweiten karte auch jetzt nehme ich mir hier diese papier streifen reste und klebe ich unten so quasi als abschluss hin auch das mache ich wieder bei beiden karten ob du das jetzt mit flüssig kleber oder mit einem doppelseitigen kleber roller machst das ist egal es geht beides wie du siehst jetzt nehme ich mir hier diesen stanzer und stand mir mal erst mal aus diesem design papier ein paar kreise aus dann nehme ich mir noch mal dieses blaue design papier und da stand sich mir auch noch mal zwei kreise aus als nächstes habe ich jetzt hier diesen schönen stempel ein paar taler für dich und das klebe ich ins innere der karte jetzt stempel ich einmal happy birthday auf und das werde ich dann von außen ankleben vorher schneide ich mir aber noch mal einmal diesen fotokarton in silber zurecht und jetzt träge ich den einmal ich habe mich hier für dieses gitter muster entschieden du kannst natürlich auch ein anderes muster nehmen oder nehmen fertig geprägtes design papier aus dem bastelladen ich mache das ganze jetzt zweimal und jetzt schneide ich mir das so zurecht dass ich unten ein stück habe und oben ein stück habe natürlich wieder passend für beide karten jetzt nehme ich meinen doppelseinigen kleberoller und klebe erst mal unten das stück auf und dann klebe ich das obere stück auf und so entwickelt sich langsam eine karte ja von außen klebe ich jetzt noch dieses happy birthday auf das mache ich natürlich auch wieder bei beiden karten man kann natürlich die karten auch ton in ton gestalten aber ich habe einfach mal so ein bisschen gemischt bei den farben jetzt stanze ich noch mal gegenstücke aus damit das von innen ein bisschen ordentlicher aussieht und die bestempel ich auch und zwar einmal mit alles gute und jetzt lebe ich diese auch nach innen wenn man dann die karte auf klappt dann sieht es ordentlich aus das mache ich natürlich auch wieder bei beiden karten und hier damit du siehst was man machen kann da kann man jetzt einfach geld reinstecken entweder so scheinchen oder man kann natürlich auch einen gutschein reinstecken das geht natürlich auch und es ist einfach gebastelt das ist mein heutiges projekt für euch und ich sage tschüss bis zum nächsten mal bleibt gesund bastelt euch glücklich eure tanja wenn ihr jetzt kommt besser los geht 50 F also Vielen Dank.